Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste, liebe sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie ganz, ganz herzlich willkommen heißen zu unserer Online-Debatte zu den Folgen der Pandemie in Lateinamerika. Das ist der Auftakt zu einer neuen Online-Reihe der Heinrich-Böll-Stiftung. Mit Böll Global wollen wir künftig noch mehr als bisher und zusätzlich zu unserem gesamten Online-Angebot und Print-Angebot Ihnen aktuell Informationen liefern, Perspektiven liefern, Einsichten bieten, wie die Pandemie in den Regionen, in denen die Heinrich-Böll-Stiftung arbeitet, eigentlich ankommt. Wie geht es den Menschen in den Regionen, die unter dieser Pandemie den ökonomischen Folgen der Maßnahmen, den politischen Folgen der Maßnahmen mehr und mehr zu leiden beginnen. Die Heinrich-Böll-Stiftung ist selbst ein großes globales Netzwerk mit über 30 Büros weltweit. Und wir glauben, dass wir einiges zu bieten haben, auch zusätzlich zu dem, was in der deutschen Berichterstattung über die anderen Länder dieser Welt, die sehr hart von dieser Pandemie betroffen sind, wie es den Menschen in anderen Ländern eigentlich geht. Die Pandemie ist mit voller Wucht in Lateinamerika angekommen. Die Fall- und Todeszahlen explodieren in vielen Ländern Lateinamerikas. Und Brasilien entwickelt sich mehr und mehr zum Pandemie-Hotspot der Welt. Von Brasilien bekommen wir noch relativ viel mit in unseren Medien. Die Berichterstattung konzentriert sich eben doch sehr stark auch auf die Rolle Bolsonaros im Handling dieser Pandemie. Wie aber sieht es in Kolumbien aus, in Mexiko, in Zentralamerika? Das ist eine Frage, mit der wir uns zumindest an drei Beispielen heute Abend beschäftigen wollen. Mit welchen politischen Maßnahmen und auch mit welchen politischen Ideen über ihre Gesellschaft gehen die Regierungen gegen die Pandemie vor? Wie sehen die sozialen, die ökonomischen, die ökologischen Folgen der Pandemie aus? Wie verstärkt diese Pandemie die soziale Tiefe, Ungleichheit und die Spaltung vieler lateinamerikanischen Gesellschaften noch mehr? Was macht sie mit den, wie beeinflusst unter anderem zum Beispiel die Pandemie Akteure, wie das organisierte Verbrechen? Nutzen sie sie und wie? Und mit bei Kolumbien spätestens werden wir uns auch damit beschäftigen, ob der Friedensprozess in diesem Land eher gestärkt oder nochmal weiterhin geschwächt wird. Er ist ja ohnehin am Stocken dieser Friedensprozess. Und wir wollen natürlich auch von meinen Kolleginnen und Kollegen in den Büros wissen, wie wehren sich die Menschen? Was tut sich auch Positives? Wie organisieren sich die Menschen selber? Wie viel Solidarität, wie viel Zusammenhalt gibt es? Wächst diese Solidarität oder gibt es mehr? Jeder gegen jeden, rette sich wer kann. Zumindest ansatzweise wollen wir heute verstehen, welche Auswirkungen die Pandemie in einigen ausgewählten Ländern hat. Und ich diskutiere die gerade von mir aufgeworfenen vielen Fragen mit Annette von Schönfeld. Sie ist die Büroleitung in Rio de Janeiro. Hallo Annette, einen schönen guten Abend an dich in Rio. Es ist, glaube ich, morgens um elf oder später oder früher? Mittags um zwei. Super, ah, okay. Dann möchte ich herzlich willkommen heißen Florian Huber. Er ist unser Büroleiter im Büro Bogota. Dir auch. Hallo und wir werden gleich auch von dir hören, wie es in Kolumbien eigentlich mit der Pandemie zugeht und wie die Folgen sind. Ich möchte dann ganz herzlich willkommen heißen David Bartelt. Er ist unser Büroleiter in Mexiko City. Herzlich willkommen an euch drei. Wie ich schon sagte, ist es bei euch noch morgen. Ich hoffe, ihr seid frisch und munter und gut gerüstet für diese Debatte zu den Folgen der Pandemie in Lateinamerika. Technisch unterstützt werden wir bei dieser Online-Debatte von Martin Sommer. Hallo Martin, grüße dich. Danke für deine Unterstützung. All diese Online-Formate brauchen technischen Support. Den leistest du uns prima. Wenn Sie technische Probleme haben, dann melden Sie sich bitte im Chat bei Martin Sommer. Vielleicht kann er Ihnen helfen und die Zugänge zu einer hoffentlich spannenden Debatte ermöglichen. Für unseren Austausch mit Ihnen, liebe Zuschauerinnen, bitten wir Sie, sich ausschließlich mit der Funktion Question and Answers, Q&A, Fragen und Antworten zu bedienen. Ihre Fragen und Kommentare werden von Lara Wutke, meiner Mitarbeiterin, gesichtet und gebündelt und die Fragen dann von Ihnen an uns und unsere Gäste weitergeleitet. Kommentare können Sie ja untereinander auch im Chat lesen und damit auch mitbekommen, was andere über unsere Themen heute Abend denken. Aber bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir ausschließlich Fragen weiterleiten an meine drei Gäste. Letzter Satz. Wir sprechen heute über drei sehr unterschiedliche Länder. Das Lateinamerika, das gibt es nun mal nicht, sondern sehr unterschiedliche Länder mit sehr unterschiedlichen politischen Systemen, mit unterschiedlichen politischen und sozialen Wirklichkeiten. Die Länder sind auch unterschiedlich in den Weltmarkt integriert und sehr unterschiedlich auch von den weltwirtschaftlichen Folgen der Pandemie betroffen. Sie sind also verschieden, diese Länder. Und ich hoffe, dass wir dieser Unterschiedlichkeit auch wirklich Rechnung tragen können. Gleichwohl denke ich, dass wir auch strukturelle Gemeinsamkeiten herausarbeiten werden, zum Beispiel im politischen Umgang, aber vor allem auch, was die Betroffenen angeht. Wer ist betroffen in euren Ländern? Ich glaube, da haben wir sehr viele strukturelle Ähnlichkeiten. Wo sind die Menschen besonders vulnerabel in den jeweiligen Ökonomien, in den jeweiligen Sozialsystemen? Wir möchten jetzt zunächst mit den politischen Facetten, mit den politischen Dimensionen der Krise beginnen. Und ich möchte David Bartelt, unser Büroleiter in Mexiko City, fragen, wie denn die Situation in Mexiko ist. In deutschen Medien war im März und im April noch zu lesen, Mexiko ginge den schwedischen Weg. Ein Vergleich, der aus meiner Sicht sowieso hinkt, weil die politischen Systeme auch sehr unterschiedlich sind. Auf jeden Fall hat AMLO, also der Präsident Operador, stärker auf Appelle statt auf Verbote gesetzt. Und es schien die Krise eher zu verharmlosen. Er zeigte sich, wie auch die Bolsonaros oder die Trumps ohne Schutzmaske oder machte sich auch ein bisschen lustig über die hysterischen Menschen, die sich schützen. Allerdings sind auch die Zahlen in Mexiko, die Infektionszahlen ziemlich hoch. Hat sich mit diesen steigenden Infektionszahlen der Wind gedreht? Wie ordnest du ein, was AMLO, die Regierung eigentlich da gerade machen, politisch mit der Krise? Ja, vielen Dank, Barbara. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, hier aus Mexiko zu berichten. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass man in Deutschland auch über den Tellerrand blickt. Sehr gut, dass wir das machen. Und guten Abend nach Deutschland, hier aus Mexiko-Stadt. Hier ist es 12 Uhr mittags, also noch nicht Abend. Und ja, wir sind mittendrin hier in der Pandemie. Es gibt einen Streit darum, ob wir hier den Höhepunkt oder Tiefpunkt schon überstritten haben. Der Präsident sagt, ja, andere Experten meinen oder vielleicht. Aber wir sind hier jetzt bei 75.000 bestätigten Informationen und seit gestern auch bei Infektionen, meinst du? Infektionen. Infektionen, genau. Und seit gestern auch bei mehr als 8.000 Toten, also fast so viele schon wie in Deutschland. Das Gesundheitssystem hält noch Stand. Es gibt in einzelnen Krankenhäusern Aufnahmestopps, aber insgesamt bezogen auf Gemeinden oder Städte ist noch Kapazität da, auch für Betten mit Atemgeräten, so sagt es jedenfalls die Regierung. Allerdings, Mexiko testet so gut wie gar nicht. Und daher sind auch jedenfalls die Infektionszahlen nur sehr mit Vorsicht zu genießen. Es gab in der Tat, wie du auch gesagt hast, diesen Widerspruch. Auf der einen Seite hat Mexiko doch relativ früh schon hier Restaurants geschlossen, Fitnessstudios, dann auch Geschäfte. Alles das schon so ab Mitte März, Anfang Mitte März. Aber der Präsident hat, wie du gesagt hast, noch gerne Hände geschüttelt. Auch übrigens einmal der Mutter von El Chapo, dem großen Drogenbus, der ja in New York in Haft sitzt. Auf der anderen Seite haben sie einen hier sehr populären Staatssekretär für Gesundheitsvorsorge, der jeden Abend eine Pressekonferenz abhält und die Leuten immer wieder einhämmert, bleibt zu Hause, bleibt zu Hause. Dieses bleibt zu Hause ist freiwillig. Die Strategie hier von Mexiko ist, ja, sicherlich nicht Schweden, auch weil Mexiko eine ganz andere ökonomische Resilienz hat, eine viel geringere als Schweden. Aber sie verzichten ganz bewusst und benutzen auch diesen Begriff auf die Militarisierung des öffentlichen Raumes. Also es werden hier Leute nicht angesprochen, es werden keine Ausweise kontrolliert, sondern es gilt der Appell, bleibt zu Hause, bleibt zu Hause, bleibt zu Hause, weil die Regierung sehr genau weiß, und das ist ja eine Regierung, die angetreten ist mit dem Slogan, die Armen zuerst, weil die Regierung sehr genau weiß, ich habe offiziell hier in Mexiko haben wir mehr als 50 Prozent Armut. Wir haben 56 Prozent Leute, die in der informellen Wirtschaft arbeiten, und das ist ja auch meistens eine Armutsökonomie. Und wenn ich die Leute zwinge, zu Hause zu bleiben, zwinge ich sie praktisch dazu zu verhungern. Also versucht die Regierung diesen Spagat zwischen, auf der einen Seite die Pandemie eindenken mit klassischen antiepidemiologischen Maßnahmen und auf der anderen Seite, die sehr schwierige ökonomische Situation zu meistern. Und in diesem Spagat befinden wir uns auch gerade und es ist durchaus offen, wie das hier ausgehen wird. Vielleicht noch, wenn es um die politische Situation geht, danke David, ein paar Sätze dazu, wie eigentlich das organisierte Verbrechen in Mexiko, das ja auch einen hohen politischen Einfluss hat, mit dieser Pandemie umgeht. Ich lese, sie verteilen Hilfspakete, legitimieren sich damit auch ein Stück weit. Wie schätzt du das ein? Ja, das ist in der Tat so. Die Kartelle haben an verschiedener Stelle tatsächlich angefangen, Hilfsmittel zu verteilen und haben damit auch nochmal demonstriert, dass eben weite Teile des Staatsgebiets in der Tat in der Kontrolle des organisierten Verbreches hier ist. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Bedingungen, sagen wir mal, ihr Geschäft, ihr kriminelles Geschäft auszuüben, doch etwas schwieriger geworden sind, weil zum Beispiel Lieferketten jetzt unterbrochen sind, weil die Grenzen zu den USA zu sind, aber auch die, zum Beispiel, es sind ja gerade Methamphetamine und andere synthetische Drogen hoch im Kurs. Die chemischen Grundstoffe kommen aus China, auch aus Deutschland und das geht natürlich in Zeiten, wo die Grenzen zu sind, gibt es da enorme Lieferengpässe. Die Preise sind enorm gestiegen für die Produzenten, aber auch für die Konsumenten und insofern haben die schon Schwierigkeiten. Aber kriminelle Energie ist immer erfinderisch. Es ergeben sich auch neue Möglichkeiten, zum Beispiel neue Schwarzmärkte, genau für Medikamente oder medizinische Ausrüstung wie Atemgeräte, Masken etc. Und es ist jetzt schon absehbar und das wird auch sicherlich noch zunehmen, dass die Cyberverbrechen deutlich zunehmen werden. Aber im Moment, sagen wir mal, in dem klassischen Sparten, ich sage das jetzt zynisch, wie eben Drogenproduktion, Drogenverkauf und Umschlag, Menschenhandel und so, in diesen Bereichen ist im Moment ein Rückgang zu spüren. Und auch deswegen zeigen sich die Kartelle von ihrer sozialen Seite und demonstrieren zum einen, wir haben die Macht auch weiterhin Kontrolle auszuüben und mit uns ist weiterhin zu rechnen. Und damit wird man wohl auch tatsächlich mit ihnen rechnen müssen. Ja, danke erstmal für diese ersten Antworten. Wir werden nachher noch, was Mexiko angeht, viel, viel tiefer in die sozioökonomische Dimension der Krise einsteigen. Anette, Anette von Schönfeld, unsere Büroleiterin im Büro Rio de Janeiro. Ich sagte es schon in meiner Anmoderation, Brasilien, davon lesen wir hier relativ viel. Die Berichterstattung ist nicht so unterentwickelt wie jetzt zu Mexiko oder Kolumbien, wo wir gleich dazu kommen. Hier wird natürlich berichtet, wie unverantwortlich Bolsonaro mit der Krise umgeht. Auch heute wieder neue Bilder, wie er sich unvertrossen mit vielen Menschen ohne Schutzmaske zeigt. Bürgermeister wehren sich, was diese Politik von Bolsonaro, diese Leichtfertigkeit angeht. Versuch du uns bitte bei der Komplexität und Vielfalt der Thematik den aktuellen Stand zu schildern und vor allem auch wie eigentlich bei den hohen Infektionszahlen die Gesundheitssituation für die Menschen aussieht. Ja, herzliche Grüße auch aus Rio de Janeiro in die Runde. Vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Ich finde das eine tolle Gelegenheit, dass wir jetzt hier aus unseren Ländern auch in diesem Format berichten können. Also vielen Dank dafür. Hier die Situation in Brasilien ist tatsächlich nicht einfach. Heute werden wir, was die Zahlen der Infizierten angeht, die 400.000er-Marke überschreiten und die Marke der 25.000 Toten. Das sind also unglaubliche Zahlen, mit denen man auch nicht mehr wirklich klarkommt. Also das macht mit allen von uns etwas und im unmittelbaren Umfeld gibt es eigentlich keine Person mehr, die nicht über mehr als eine Ecke Personen kennt, die infiziert sind und sind zum Teil schwer krank. Das Gesundheitssystem hier in Brasilien ist, ich würde mal sagen, an all den Hotspots, also besonders betroffen sind São Paulo, Rio de Janeiro, ist der Nordosten des Landes, sicherlich auch, weil das eine der Touristenhauptregionen ist und Amazonien eben auch leider. Da ist das Gesundheitssystem schon zu weit über 90 Prozent ausgelastet. Es geht dabei vor allen Dingen um das öffentliche Gesundheitssystem, das Brasilien ja hat und zudem auch, ich würde, zudem jeder Zugang hat und auf das etwa 75 Prozent der Bevölkerung angewiesen sind. Brasilien ist noch kein Abendsland, das heißt, es werden, wenn das Gesundheitssystem ausgelastet ist, werden Lösungen gefunden, hier noch ein Feldkrankenhaus aufzubauen oder da noch wieder Beatmungsgeräte irgendwo hinzustellen, aber das kommt nicht mehr wirklich nach. Und es gibt eben in diesen auch traurige Geschichten in diesem Kontext, wie hier in Rio zum Beispiel, da sind fünf so Feldkrankenhäuser geplant worden. Eins ist inzwischen übergeben, die sollten alle fertig sein zu Ende April. Die anderen sind in den Händen der Korruption erstickt. Also gestern wurde, da gab es Hausdurchsuchungen beim Gouverneur hier von Rio. Und bei den Verantwortlichen aus dem lokalen Gesundheitsministerium, dass eben da unendlich viel Geld auch veruntreut worden ist, auch für Beatmungsgeräte. Da wurden tausend gekauft, dann sind 50 gekommen und die haben nicht mal funktioniert. Das sind schon sehr, sehr bittere Zahlen. In einem Bundesstaat wie Amazonien stehen für den Bundesstaat, das sind 14 Millionen Personen auf einem Gelände oder in einem Territorium, was mehr als viermal so groß ist wie Deutschland. 69 Betten für intensivmedizinische Betreuung zur Verfügung und die alle in Manaus, also in der Landeshauptstadt. Das sind schon extreme Zustände. Hier in den großen Städten, São Paulo und Rio, ist natürlich der private Gesundheitssektor sehr, sehr gut ausgestattet. Das heißt, im Zweifelsfall werden dann auch Betten ausgeliehen, Plätze ausgeliehen oder aber kostenpflichtig natürlich. Also das Ganze wird für das Gesundheitssystem schon sehr schwierig werden. Bolsonaro, das hast du schon gesagt, lehnt oder wiegelt diese Krise nach wie vor ab. Er will eigentlich, dass sie nicht existiert. Er sagt, die Wirtschaft muss laufen. Wir können keine Isolationsmaßnahmen hier durchführen. Sterben müssen alle Menschen. Er ist ja auch extremst empathielos. Er sagt sowas wie, das ist bedauerlich, dass es jetzt hier 5.000, 10.000 Menschen gibt, die gestorben sind. Aber was soll ich daran ändern? Also ich heiße zwar Messias, aber ich kann auch nichts tun. Also das ist so der Umgang und das macht natürlich in der Gesellschaft auch viel. Die Gesellschaft reagiert extrem gespalten auf diese Ansagen. Bolsonaro hat nach wie vor 25 bis 30 Prozent der Wähler hinter sich. Die interessieren sich dann auch nicht dafür, was die Gouverneure oder die Bürgermeister für Maßnahmen erklären, sondern setzen sich darüber hinweg. Und es gibt halt wenig Kontrollmöglichkeiten. Will man auch so nicht durchführen, weil ähnlich wie David das gerade schon genannt hat, auch hier gibt es ja unendlich viele Menschen, die darauf angewiesen sind, täglich auch aus dem Haus zu gehen, keine Arbeitsverträge haben. Kommen wir gleich drauf. Genau. Was man vielleicht noch sagen muss, die Leute, die es sich leisten können, die bleiben zu Hause. Das wurde von den Gouverneuren auch eigentlich in den meisten Bundesstaaten so verordnet. Die Gouverneure haben die Hoheit über die Maßnahmen, bei denen es um Covid geht. Das hat das oberste Gericht auch noch mal bestätigen müssen extra, weil dann wird immer wieder versucht, Dekrete durchzusetzen, dass jetzt Schönheitssalons auch gemacht werden zum Beispiel. Das muss dann der Gouverneur verbieten und dann hat er aber auch die Hoheit. Gleichzeitig ist ja der riesige Politikskandal. Wir haben wirklich das Gefühl, hier in einer Telenovelle auch unterwegs zu sein. Wir sind jetzt beim dritten Gesundheitsminister, der der Militär auch ist. Der Erste ist gegangen, weil er zu beliebt oder gegangen worden, weil er zu beliebt war und Bolsonaro Konkurrenz gemacht hat und der hat sich konsequent an die WHO-Empfehlungen gehalten. Der Zweite ist gegangen, ist selbst gegangen, weil man ihn zwingen wollte, dieses Malaria-Mittel auf die Empfehlungsbehandlungsliste zu setzen. Da hat er sich geweigert. Da hat die WHO ja auch inzwischen vorgewarnt. Das ist aber inzwischen von diesem Militär, also dem dritten Gesundheitsminister jetzt auch auf diese Liste gesetzt worden. Der Justizminister ist auch zurückgetreten in einem ganz anderen Skandal. Da geht es um die Prozesse, die hier in Rio de Janeiro gegen die Söhne von Bolsonaro laufen und man wirft Bolsonaro vor, dass er Einfluss nehmen will auf das Agieren der Polizei. Aus diesem Grund ist der Justizminister dann zurückgetreten. Es läuft also eben da, der Oberstaatsanwalt muss jetzt in den nächsten Tagen entscheiden, ob er ein Strafverfahren gegen Bolsonaro einleitet. Es gibt inzwischen 30 Anträge oder über 30 auch Amtsenthebungsverfahren, die beim Parlamentspräsidenten liegen. Der setzt die nicht auf die Tagesordnung, nicht zuletzt, weil er wirklich nicht weiß, ob die durchkommen. Bolsonaro ist schwer aktiv. Der macht das, was er nie gemacht hat. Mit dem Austritt von Moro ist einfach diese Korruptionsgeschichte von der Agenda. Er kauft jetzt Politiker ein, um eben eine Zweidrittelmehrheit für so ein Amtsenthebungsverfahren unmöglich zu machen. Dabei für den Augenblick. Ja, ich glaube, wir können über jedes Land, gerade auch was die politische Situation angeht, natürlich wirklich weiter noch in die Tiefe gehen. Das tun wir ja auch an anderen Orten. Wir können jetzt Flashlights setzen und ja auch versuchen, ein paar Erklärungen zu machen. Zu Brasilien werden wir ja auch noch mal darüber sprechen, wie wehren sich eigentlich die Menschen bei einem solchen Politikversagen, was du ja eigentlich beschreibst. Und trotzdem ist die Gefolgschaft zu hoch für Bolsonaro. Nach wie vor zwischen 20 und 30 Prozent. Wäre natürlich zu beurteilen, ob das noch reicht für ihn auch in den nächsten Wahlen. Aber das kannst du ja vielleicht dann im nächsten Schritt bei den sozioökologischen und sozioökonomischen Fragen noch mal einbringen. Dann gehen wir weiter nach Kolumbien, ein Land, von dem wir hier nicht viel hören. Das war in Deutschland ein Land, wo ja auch sehr viel Hoffnung immer mit verbunden war, dass der Friedensprozess mehr Prosperität und weniger Gewalt ins Land bringt. Kolumbien hat eine sehr konsequente und anhaltende Ausgangssperre schon sehr früh verhängt. Wir werden später natürlich auch, was Kolumbien angeht, auf die massiven sozialen Folgen, auf den Hunger in Kolumbien eingehen. Von dir, Florian, möchte ich jetzt erstens gerne wissen, wie der Präsident Duque mit dieser Pandemie umgeht. Kriegt er auch aus der Opposition im Parlament Protest. Und vor allem möchten wir von dir wissen, wie beeinflusst die Pandemie eigentlich den Friedensprozess? Er stockt ja ohnehin, war teilweise ausgesetzt. Ich höre, dass auch wieder die Krise, die sozioökonomische Krise genutzt wird, um Menschen für die Paramilitärs oder für die FLN oder für die Wiederauferstehung der FARC rekrutiert werden. In dem ganzen Bogen schildere uns doch einfach mal, was es politisch bedeutet. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Barbara. Wir hatten hier in Kolumbien den ersten bestätigten Fall am 6. März, wo es den ersten Fall wahrscheinlich schon Ende Februar gab. Das heißt, wir sind seit drei Monaten hier auch mit der Pandemie beschäftigt. Wir haben bisher 23.000 Infektionen im Land, eine relativ geringe Zahl im Vergleich zu anderen Ländern wie Brasilien, Peru, Chile, Mexiko, Ecuador. Ungefähr 800 Tote, zehnmal weniger noch als in Mexiko. Es wurden bisher 250.000 Tests gemacht. Das Gesundheitssystem verfügt ungefähr über 6.000 Betten auf Intensivstationen, davon 3.500 Betten für Patienten. Das klingt vielleicht auf, gut, es sind mehr als 90 Prozent der Infizierten sind zu Hause. Ungefähr fünf Prozent in Krankenhäusern, zwei Prozent auf Intensivstationen. Das klingt vielleicht noch nicht nach so viel. Trotzdem ist auch in Kolumbien die Situation etwas fragil. In Bogotá zum Beispiel ist die Auslastung in den letzten Wochen auf 40 Prozent gestiegen, also der Auslastung auf den Intensivstationen. Und es zeigen sich auch die großen Unterschiede zwischen den Regionen. Was hat Duke gemacht? Duke hat, glaube ich, aus regionaler Sicht sehr schnell gehandelt. Fünf Tage nach dem ersten Fall hat er angeordnet, dass Reisende aus Risikoländern wie China, Spanien, Italien, Frankreich 14 Tage, wenn sie ins Land reisen, erstmal in Quarantäne müssen. Zwei Wochen nach dem ersten Fall wurde eine obligatorische präventive Quarantäne angeordnet, in der wir uns immer noch befinden nach neun Wochen. Sie wurde zwar dann nach und nach etwas gelockert, geöffnet, aber die Regierung hat relativ schnell Maßnahmen ergriffen. Gleichzeitig hat sich auch Unterstützungsmaßnahmen für die Bevölkerung, Unternehmen angekündigt. Da können wir vielleicht darüber später noch ein bisschen sprechen. Und es sind dann in den letzten Wochen seit Ausbruch der Pandemie die Zustimmungswerte des Präsidenten von 25 Prozent ungefähr auf knapp 60 Prozent gestiegen. Also Duke hat, glaube ich, auch durch sein Profil als eher ein Technokrat ein bisschen auch die Pandemie genutzt, wieder seine Zustimmungswerte zu erhöhen. Er ist jeden Tag eine Stunde im Fernsehen, erklärt die Maßnahmen. Was bedeutet es auf der anderen Seite aber für den Friedensprozess? Also ich glaube, man kann vielleicht ein bisschen salopp sagen, der Friedensprozess, das Friedensabkommen ist momentan ein politischer Nebenkriegsschauplatz. Die politischen Diskussionen konzentrieren sich auf die Pandemie. Was aber trotzdem eigentlich auch erschreckend ist, wenn man die Gewaltzahlen im Land sieht, was auch in der internationalen Presse kam in den letzten Wochen. Seit Jahresbeginn sind mehr als 100 soziale Anführerinnen und Aktivistinnen getötet worden. Das ist ein großer Anstieg auch gegenüber dem letzten Jahr. Es ist natürlich ein großes Risiko, ob die regionalen Entwicklungspläne für die Umsetzung des Friedensabkommens so weitergeführt werden können, wie sie geplant waren. Ich glaube, die Umsetzung des Friedensprozesses ist nicht das große politische, der Hauptzweck der neuen Regierung. Viele Institutionen, wie das Sonderstrafgericht, kann auch seit sechs, sieben Wochen nicht arbeiten. Also da ist auch das Gericht geschlossen. Und es gibt auch im Land, glaube ich, weiterhin einen Diskurs der Polarisierung. Also ich möchte nur zwei Beispiele nennen. Es gab umstrittene Äußerungen der aktuellen Innenministerin, die dann auch sagte, es würden in Kolumbien bei Handy- oder Raubüberfällen mehr Personen sterben als Menschenrechtsaktivisten. Und es wurde kürzlich auch der Sohn eines ehemaligen paramilitärischen Komponanten zum Koordinator im Innenministerium für die Opferrechte eingesetzt. Also es zeigt doch auch immer wieder, wie auch die Regierungspartei, glaube ich, gegen das Friedensabkommen immer wieder politisch stichelt, auch immer wieder sagt, vielleicht müsste man das doch wieder reformieren, auch wenn es keine Mehrheiten im Kongress gibt. Also auch das Thema Umsetzung des Friedensprozesses bleibt weiterhin eine große Herausforderung. Ja, wir versuchen dazu ja auch regelmäßig Analysen zu liefern, was den Friedensprozess angeht. Ich bleibe jetzt bei dir und bei Kolumbien, um jetzt in der nächsten Runde mehr auch nochmal die sozioökonomischen Folgen der Maßnahmen gegen die Krise zu diskutieren mit euch dreien. Wenn ich richtig lese und sehe, was in Kolumbien passiert, dann löst die Ausgangssperre ja doch Verzweiflung aus. Mich würde auch mal interessieren, wie wird sie eigentlich durchgesetzt, diese doch ziemlich strikte Ausgangssperre. Besonders unter den Armen und Ärmsten herrscht Verzweiflung. In den ärmeren Teilen des Landes und vor allem in den ärmeren Stadtvierteln Bogotá sind rote Tücher, Lappen, rote T-Shirts sowas wie ein Symbol dafür geworden, dass die Leute sagen, wir sind hier nicht nur in einer Pandemie, sondern in einer Hungerkrise. Wie groß ist denn diese Hungerkrise in Kolumbien? Wie massiv ist das Existenzielle für die Menschen in Kolumbien? Und was geschieht da eigentlich? Also dazu kann ich grundsätzlich sagen, etwa 50 Prozent der Menschen, die arbeiten, arbeiten im informellen Sektor. Ich kann es auch am Beispiel von Bogotá ein bisschen veranschaulichen. Bogotá hat ungefähr über sieben Millionen Einwohner, ungefähr 500.000 Familien, also 350.000 arme Familien, 150.000 von armutgetroffene Familien müssen auch durch staatliche Hilfsmaßnahmen oder werden durch staatliche Hilfsmaßnahmen unterstützt. Das sind ungefähr zwei Millionen Menschen. Das ist fast ein Viertel der der Bevölkerung in Bogotá. Sie werden teilweise mit Geldzahlungen unterstützt, mit Essensgutscheinen, mit Essenslieferungen. Das war eine große logistische Herausforderung in den ersten Wochen. Auch die neue Bürgermeisterin, die seit 1. Januar jetzt im Amt ist, Claudia Lorpis, die sagte, sie ist eigentlich letztes Jahr gewählt worden, eigentlich für eine andere Stadt. Also sie musste dann auch gucken, wie sie in den ersten Monaten ihren Entwicklungsplan anpasst. Und was auch noch eine große Sorge ist, auch viele Kinder, die in der Schule das Essen bekommen, stehen vor der Herausforderung, dass die Schulen auch seit März geschlossen sind. Also es ist eine große Herausforderung für die Stadt, für die Menschen. Viele Menschen haben auch die Sorge vor dem Verlust des Arbeitsplatzes. Also die Stadtverwaltung in Bogotá zum Beispiel versucht natürlich, diese Herausforderung zu meistern, aber es ist weiterhin eine Mammutaufgabe. Und wie, was weißt du darüber, was in anderen großen Städten, Medellin oder auf dem Land in den Provinzen geschieht? Ist da auch damit zu rechnen, dass Menschen wirklich Hunger haben? Also auch in den anderen Städten wie Medellin, Badanguja, Kali versucht die Nationalregierung auch mit der Lokalregierung zusammenzuarbeiten, Hilfsprogramme aufzusetzen. Es ist in der Presse jetzt noch gleich nicht so stark über konkreten Hunger berichtet worden. In vielen Regionen sind auch die Leute im Prinzip auf sich selbst gestellt. Also da spielt auch die Familie eine große Rolle. Die Familienangehörigen schauen, wie sie sich gegenseitig unterstützen, weil eben die staatlichen Hilfsprogramme zwar laufen, aber es ist dann auch oft, glaube ich, nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Okay, Lara, die die Question and Answer sammelt, gibt mir gerade ein Signal, dass es Fragen an dich gibt, die jetzt ganz gut passen würden. Dann sollen die bitte gestellt werden. Lara, bitteschön. Genau, gerne. Wir haben ein paar Fragen. Sie werden alle gesehen, sie nicht vergessen, aber zwei, die jetzt ganz gut passen für dich, Florian, weil es um die Lage in Kolumbien ganz konkret geht. Nämlich einmal die Frage, ob durch die Covid-19 die Ausbreitung es weniger militärische Auseinandersetzungen zwischen zum Beispiel der ELN und der Regierung gibt. Und die zweite ist, die Frage hier in Deutschland wurde berichtet, dass die Flughäfen geöffnet geöffnet geblieben sind. Und dass Duke zum Beispiel Millionen Gelder aus dem Friedensprozess umgeleitet und benutzt hat, um eine Werbungskampagne zu finanzieren, um sein eigenes Image zu verbessern. Ist das so? Wurde das in Kolumbien anders verrichtet? Super. Dankeschön. Kann ich gerne auf die drei Fragen kurz eingehen. Die ELN hatte zu Beginn der Pandemie noch einen Waffenstillstand verkündet, der mittlerweile wieder aufgehoben worden ist. Also es gibt militärische Auseinandersetzungen in den Regionen, wo die ELN aktiv ist. Es ist vor allem so an der Grenze zu Panama, an der Grenze zu Venezuela, an der Grenze zu Ecuador, also in der Peripherie. Die Flüge wurden relativ schnell geschlossen. Die wurden, glaube ich, drei Wochen nach Ausbruch der Pandemie wurden nationale, internationale Flüge geschlossen. Alle Flüge sind weiterhin auch, finden nicht statt. Internationale Flüge werden voraussetzlich erst wieder ab September stattfinden und nationale Flüge eventuell im Juli. Zumindest bis Ende Juni gibt es auch weiterhin keine nationalen Flüge. Das war, glaube ich, auch ein bisschen die Schockmeldungen aus Spanien, aus Italien, aus den Ländern, aus denen der Virus eingeschleppt wurde, da möglichst rasch irgendwie die Türen zu schließen. Es gab hier auch eine, wie in der dritten Frage angesprochen wurde, eine Diskussion, dass Duka momentan Mittel verwendet, um seine Kommunikationsstrategie zu verbessern. Es hieß dann, das sind Mittel, die aus dem Friedensfonds kommen. Es gibt verschiedene Friedensfonds. Das ist, glaube ich, nicht der Friedensfonds der Vereinten Nationen. Es gibt einen Fonds, der schon seit, glaube ich, 15, 20 Jahren läuft. Eigentlich wurden die Mittel früher verwendet, um auch die Demobilisierung von bewaffneten Gruppen zu ermöglichen. So wie ich das verstanden habe, soll aus diesem Fonds sollen die Mittel stammen. Aber das ist, glaube ich, ein weiteres Beispiel, wie auch in der öffentlichen Diskussion dann oft kritisiert wird, welche Nachrichten auch die Regierung dann manchmal so praktisch veröffentlicht, wie die Äußerungen des Innenministeriums oder in solche Nachrichten. Okay, ich habe auch eine weitere Frage an dich. Kolumbien, das wissen viele nicht, ist ein Land, das weltweit an der Spitze steht, mit den meisten Binnenvertriebenen Entwurzelten. Das sind Binnenvertriebene, die durch den Bürgerkrieg entstanden sind. Wie geht es diesen Menschen, die eigentlich nach wie vor es schwer haben, überhaupt Fuß zu fassen? Und Kolumbien ist natürlich ein Land, das viele Geflüchtete aus dem Nachbarland Venezuela aufgenommen hat. Sind diese Menschen versorgt? Sind sie in einer besonders prekären Situation? Was passiert mit Binnenvertriebenen und Geflüchteten aus anderen Ländern? Also beide grundsätzlich arbeiten im informellen Sektor und stehen vor diesen großen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen. Zu den Migranten kann ich noch speziell sagen, in den letzten Jahren sind fast zwei Millionen Venezuelanerinnen nach Kolumbien gekommen. Die Ersten haben wieder, hier nun entschieden, wieder zurück nach Venezuela zu gehen. Momentan überqueren ungefähr 500 bis 600 Personen täglich die Grenze, weil sie auch im informellen Sektor in Kolumbien oder in den Großstädten im Prinzip kein Einkommen mehr generieren konnten. Und das ist natürlich auch eine große Herausforderung. Dann gab es auch Diskussionen in die Welt, gibt es hier dann auch Xenophobie gegen die venezolanische Bevölkerung, weil sie auch teils in den Hilfsmaßnahmen nicht berücksichtigt ist. Und das ist eine große Herausforderung. Und diese politischen Spannungen zwischen Kolumbien und Venezuela, die weiterhin bestehen, helfen dann natürlich auch nicht, um da langfristige Lösungen zu finden. Ich werde gleich auch nochmal bei Kolumbien und Brasilien und natürlich auch Mexiko nochmal auch auf die ökologischen Folgen der Pandemie eingehen. Das stelle ich jetzt zurück und gehe wieder rückwärts nach Brasilien oder Richtung Brasilien eben. Wir lesen sehr viel über die ökonomischen Folgen. Brasilien ist schon lange auch in einer sozialen und ökonomischen Krisenkrise. Wie gesagt, die ökologischen Binden, gehen wir gleich noch ein. Sozial, wer sind die am meisten Betroffenen in den Städten, die Minderheiten? Versuch uns da auch nochmal ein Bild zu geben darüber, wie es eigentlich aussieht. Gerne. Also hier heißt es immer, das Virus hat eine Klasse, hat Hautfarbe und hat Geschlecht. Es ist also nicht so demokratisch, wie es erst hieß, dass es sei, dass es nämlich Arme und Reiche gleichermaßen trifft. Es ist ja eher in den reichen Vierteln hat es angefangen, eingeführt von Leuten, die aus Europa oder China eingereist sind. Inzwischen ist das Virus voll in den armen Vierteln angekommen hat und dort können sich die Menschen einfach viel, viel weniger schützen und es zeigt, dass es gar nicht so demokratisch ist. Man lebt zum Teil mit sieben, acht Personen in einem Raum. Die Straßen sind sehr eng, schon da kann man nicht zwei Meter Abstand voneinander halten. Es gibt kein Geld, um Hygieneartikel, also diese Desinfektionsmittel zu kaufen. Es gibt oft keinen Zugang zu Wasser. Das heißt, da sind also schon mal Personen ganz, ganz stark benachteiligt. Er hat ein Geschlecht, weil es einfach so ist, dass der allergrößte Teil der Personen, die im Gesundheitssektor die ganze Fliege übernehmen, sind Frauen in Brasilien. Gewalt gegen Frauen hat unheimlich zugenommen da, wo die Leute in der häuslichen Quarantäne gewesen sind. Teil Quarantäne, wie sie hier halt in Brasilien gelaufen ist oder immer noch läuft. Und die Frauen haben auch viel mehr Arbeit mit dem Homeschooling ihrer Kinder mit der Betreuung in den Haushalten. Und Hautfarbe, es wohnen in den Armenvierteln überdurchschnittlich viele Schwarze und in den Amazonasregionen, in den Städten dann auch die Indigenen, die in der Stadt sind. Das heißt, auch die sind stark betroffen. Wenn die in ihren Dörfern geblieben sind, haben die ihre Dörfer oft zugemacht. Also es darf niemand rein und niemand raus. Aber es kommen natürlich trotzdem welche. Da greife ich jetzt schon minimal vor auf das, was du zur Ökologie sagst. Die illegalen Goldsucher und die illegalen Holzfäller, die nutzen natürlich so eine Situation, in der die Indigenen sich da zurückgezogen haben und dringen noch mal verstärkt ein. Wenn die mit dem Virus kommen, dann hat das noch mal ganz andere Auswirkungen auf das Immunsystem, was einfach ganz anders gestrickt ist, auch bei den Indigenen. Ja, und was die ökonomische Situation angeht, man rechnet hier in Brasilien mit einem Negativwachstum oder Einbruch von fünf bis sieben Prozent im Augenblick. Die Regierung hat ja durchaus ein paar Maßnahmen ergriffen. Sie hat den Haushalt unter so ein Notstandsgesetz gestellt, mindestens bis Jahresende. Damit sind bestimmte Beschränkungen außer Kraft. Wie damit subventioniert wird, ist vollkommen unklar. Es heißt zwar, dass es so ist, aber man erfährt sehr wenig, wie das genutzt wird. Es gibt aber bestimmte Maßnahmen, zum Beispiel eine Unterstützung für die ganz Armen von inzwischen 600 Real im Monat. Das sind so etwa 100 Euro, die einer Person zustellen, maximal das Doppelte für pro Haushalt. Das haben unglaublich viele Menschen beantragt. Ich glaube 45 Millionen. Wow. Das ist auch bewilligt worden, aber die Auszahlung läuft halt sehr brasilianisch. Mal ja, mal nein. Die Situation ist die, dass die Schlangen, um dieses Geld jetzt tatsächlich von der Bank abzuholen, sich dreimal um den Block wickeln. Die ersten zehn Posten sind von der Bank noch abgezeichnet mit so einem Abstand von zwei Metern. Danach hört das dann auch auf. Da stehen die Leute also dann ganz eng und auch nicht immer mit Maske. Es gibt auch noch andere Maßnahmen, wie zum Beispiel eine gewisse Subvention der Bundesstaaten durch die Bundesregierung oder durch den Bundeshaushalt, weil die jetzt viel weniger Steuerannahmen haben. Es ist ja nicht nur viel Business kaputt gegangen, sondern der Ölpreis ist auch sehr, sehr niedrig geworden. Für Rio de Janeiro zum Beispiel ist das extrem relevant. Die, ja, die 45 Millionen Menschen, die hier im informellen Sektor arbeiten, die haben kaum Zugänge. Die müssen raus. Heute fahren die alle Delivery, also fahren das, was in den Restaurants gekocht wird, an die Leute, die es bestellen. Man sieht unendlich viel mehr Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mit diesen großen Rucksäcken. Die Leute verkaufen selbst genähte Masken ohne Ende. Die Hauptverkehrsstraße, da haben die Läden zu, aber davor stehen überall die Popkartons so, die selbst genäht. So, vielleicht noch einen Satz zum Gewinner der, oder einem Gewinner dieser Krise. Das ist zum einen das Agro-Business, wie immer, weil die Soja-Ernte so unglaublich verkauft worden ist. Und zum anderen, also weil der Real viel, viel ist, ist sehr viel weniger wert. Und dann gehören aber auch die ganzen Kleinbauern dazu, die sich auf Agroökologie konzentriert haben, weil die Leute in den Städten jetzt, wir können Kisten kaufen wie noch nie und sie zum Teil jetzt verfünffachen konnten. Das wollte ich jetzt einfach auch mal sagen. Ja, ja, wir kommen auf jeden Fall auch noch auf, wo gibt es den einen oder anderen positiven Effekt. Ich wollte dir aber auch tatsächlich noch mal eine Frage stellen. Zum Brasilien hat ja seine Wirtschaft sehr stark auch auf Exportorientierung umgestellt. Du hast es jetzt gerade schon gesagt, Soja verkauft sich bestens. Wie steht es um die anderen Sektoren? Also die sind doch schon auch vulnerabel, weil eben auch die Nachfrage auf den Weltmärkten ja durchaus zusammenbricht durch die Pandemie. Wo gibt es da besondere? Wo ist dieses extraktivistische Modell auf Rohstoffexport zu setzen? Vulnerabel jenseits jetzt von man macht mit Soja noch ganz gute Einkommen. Das ist vulnerable, weil der Ölpreis ist ja in den Keller gegangen. Das hatte ich gerade schon gesagt. Eisenerz, was massiv nach China exportiert wird, da ist die Nachfrage stark zurückgegangen. Ich habe aber bisher wenig gehört von, also von einem Aufschrei, was jetzt Staatshilfen... Ja, wollte ich gerade fragen. ... jetzt Staatshilfen beantragen. Und die Regierung sagt im Moment so ein bisschen mantraartig, nachdem die Krise hier vorbei ist, werden unsere Wirtschaftsreformen das Land retten. Ja, es gibt ja noch nicht so lange verabschiedete Arbeitsrechtsreform noch vor Bolsonaro, kurz vor Amtsantritt von Bolsonaro, eine Rentenreform, die jetzt verabschiedet worden ist. Und es ist eine Steuerreform in der Mache. Darüber verspricht sich die Regierung bisher, also den Ausflieg wieder aus der Krise. Ja, spannend. Danke. Soweit. Wir kommen gleich nochmal auch aus die ökologischen Folgen zu sprechen. Ich kündige das schon an. David, jetzt hast du lange gewartet, jetzt bist du wieder mit Mexiko an der Reihe. Mexiko ist die zweitgrößte Volkswirtschaft Lateinamerikas, OECD-Land, sehr, sehr abhängig, zumindest im formellen Sektor von der US-Ökonomie. Die US-Ökonomie ist tief in der Rezession. Was bedeutet das für die mexikanische Wirtschaft? Welche Sektoren sind betroffen? Und gleichzeitig ist ja in Brasilien, wie in Brasilien, wie in Peru oder in Kolumbien die Mehrheit der Bevölkerung sehr wohl auch in Mexiko im informellen Sektor beschäftigt. Wie geht es diesen Bevölkerungsgruppen, die sowohl massiv Jobs verlieren im formellen Sektor und diejenigen, die dann wiederum im informellen Sektor keine Einkommen mehr haben? Also erst mal die Frage nach der Vulnerabilität durch die US-Ökonomie und danke. Also ja, danke für die Fragen. Es gibt ja dieses Sprichwort, wenn die USA husten, dann kriegt Mexiko eine Lungenentzündung. Das passt ja zu Covid. Genau, die Wirtschaft ist auf Gedeih und Verderb mit der US-amerikanischen Wirtschaft verbunden und der geht es ja nun alles andere als gut. Insofern ist also allein schon von daher auch die mexikanische Wirtschaft erheblich betroffen. Die UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika hat geschätzt, dass die Wirtschaft hier um etwa 5 Prozent schrumpfen würde. Das ist meiner Meinung nach und auch nach der Meinung vieler anderer Experten viel zu niedrig angesetzt. Also hier die Schätzungen gehen hier zwischen 8 und 14 Prozent Schrumpfung. Die Folgen werden erheblich sein. Es sind jetzt schon ungefähr eine Million Jobs verloren gegangen. Mexiko mit 126 Millionen, bevölkerungsreiches Land. Aber das ist dennoch eine enorm hohe Zahl. Und betroffen sind alle Sektoren. Man kann sehen, wo die Wirtschaft, wo die Regierung versucht anzusetzen. Sie haben gerade jetzt vor wenigen Tagen die Bauwirtschaft, den Bergbau und die Automobilindustrie wieder zu systemnotwendigen Produktionsbereichen erklärt und damit wieder zugelassen. Das zeigt schon, wo auch besonders die Krise, die Wirtschaft insgesamt erheblich betroffen wird. Die Automobilwirtschaft ist für die mexikanische Wirtschaft absolut rundlegend. Und hier sollen die nun wieder produzieren dürfen. Wobei der, aus deutscher Sicht gesehen, der Bundesstaat Puebla, wo die meisten deutschen Automobilhersteller setzen, da hat der Gouverneur gesagt, nein, wir bleiben zu, die Fabriken bleiben geschlossen. Ich habe, vielleicht nehmen wir das auch mal als Beispiel, wie gehen die Unternehmen damit um? Ich habe mal bei der Botschaft nachgefragt und die haben gesagt, also die großen deutschen Firmen hier in Mexiko haben, und das gilt sicherlich für die meisten anderen auch, was sie gemacht haben, ist erstmal alle Beschäftigten gezwungen, ihren Jahresurlaub zu nehmen. Dann haben sie danach in einem Monat das Gehalt weitergezahlt und wenn das vorbei ist, dann war es auch mit Geldzahlungen vorbei oder ist es mit Geldzahlungen vorbei. Also die Beschäftigten behalten ihre Stelle, haben aber keinerlei Einkommen mehr. Kleinere Unternehmen haben auch entlassen, es wird eine Million, aber die größeren Unternehmen versuchen, das noch zu vermeiden. Die Regierung und der Präsident allen voran sagt, wir müssen dieses Problem mit Bordmitteln lösen. Wir werden uns nicht verschulden. Er verweist dabei ganz explizit auf die Rolle des Internationalen Währungsfonds in der Vergangenheit, aber auch jetzt verhandelt ja etwa Argentinien gerade wieder mit dem Internationalen Währungsfonds und gesagt, das, was das bedeutet an sozialen Verwerfungen, wenn man Kredite aufnimmt in diesem internationalen System und dadurch die Auslandsverschuldung so erhöht. Das wollen wir hier anders machen. Wir sind anti-neoliberal und wir kriegen das auch hin. Es gibt Kredite für, vor allen Dingen für kleinere und mittlere Unternehmen und zwar sowohl für die formellen wie die informellen, ganz explizit. Das sind Kredite von etwa 1000 Euro. Insgesamt zwei Millionen Kredite sind ausgelobt. Das heißt, das sind zwei Milliarden insgesamt, die Leute dann nach drei Monaten Karenzzeit dann über drei Jahre zurückzahlen können. Aber zwei Milliarden, wenn wir das in Deutschland hören, dann wissen wir nicht, ob wir wachen oder lachen oder weinen sollen. Das ist gemessen an dem, was wir allein in Deutschland ausgeben, unsere Regierung ausgibt für Hilfsmaßnahmen, natürlich sehr, sehr gering. Und insofern sind die Folgen auch tatsächlich, ja, sehr schwer absehbar. Was aber nicht erstaunt ist, auch angesichts der Lage ist, dass größerer sozialer Protest ist bisher hier in Mexiko großgeblieben. Mexiko ist ein Land, was gesellschaftliche Solidarität kennt, ist ja ein Land, was von Erdbeben betroffen ist. Aber sagen wir mal so, es gibt zum Beispiel die Kampagne, die Hausangestellten weiterzubezahlen. Und ich kenne viele Leute, die das machen. Also die Hausangestellten, das haben ja viele mexikanische Mittelschichtsaushalte, haben eine Hausangestellte, die soll zu Hause bleiben und trotzdem ihr Gehalt weiterkriegen. Aber das sind natürlich insgesamt nur kleinere, kleinere Maßnahmen. Aber da, und das muss man auch noch sagen, zu den politischen Rahmenbedingungen Mexiko, die mexikanische Regierung hat eine unglaubliche Machtfülle. Also viel stärker etwa auch als Bolsonaro in Brasilien oder auch als Duca in Kolumbien. Opposition hat schon vor der Krise praktisch nicht stattgefunden. Und in Zeiten, wo es um nationalen Schulterschluss geht, ist ja auch die Stellung einer Regierung traditionell immer stärker. Das heißt, von daher ist die Regierung überhaupt nicht in Frage gestellt. Und auch die, sagen wir mal, außerparlamentarische Opposition, eben der Druck von der Straße fehlt bisher, sodass bisher die Regierung jedenfalls relativ frei entscheiden kann, was sie tun wird. Ja, ich kann euch stundenlang zuhören. Ich freue mich, dass ganz offensichtlich ganz viele Fragen an euch gestellt werden. Ich möchte unbedingt dann, auch wenn wir online diskutieren, mit unseren Zuschauern und Zuschauerinnen eine Debatte haben. Lara, du schreibst mir, dass es sehr viele Fragen auch gibt zu Folgen der Pandemie für Frauen in euren jeweiligen Gesellschaften, Pandemie und die Folgen für Indigene. Gibt es weitere Fragen? Also die habt ihr jetzt schon mal gehört, ihr drei. Diese Fragen vor allem auch nochmal an die besonders auch betroffenen Gruppen von der Pandemie. Du bist ja schon drauf eingegangen, Annette, auch ein Stück weit, was die Pandemie für Frauen und Pflegende und Pflegeberufe bedeutet. Lara, hast du weitere zugespitzt jetzt Fragen zu dieser ganzen sozial-sozioökonomischen Dimension der Folgen der Krise der Pandemie in Lateinamerika? Ja, ich werde mal versuchen, die ganz ganz vielen Fragen, 25 Fragen haben wir mal auf drei Bereiche runterzuschrauben, nämlich einmal ganz konkret viele, viele Fragen noch besser zu verstehen, wie konkret Frauen und Mädchen von den Maßnahmen gegen die Pandemie betroffen sind. Also über das, was wir hier Systemrelevanz nennen, hinaus auch vor allem die Frage nach der Gewalt, wie die Situation ist, wie man das zählt, wie man das beobachtet, ob ihr alle dazu was sagen könnt. Und ganz konkret die Frage, wie mit Indigenen, mit lokalen Anführern, mit Landlosen umgegangen wird, jetzt im Zuge dieser Pandemie und den Maßnahmen. Dann gibt es zweitens auch noch, um die Lage vor Ort ein bisschen besser zu verstehen, das Interesse daran, wie wissenschaftliche Expertise und Expertinnen öffentlich sichtbar sind und welche Rolle sie spielen in euren Gesellschaften im Moment für die Politik und die Maßnahmen. Und dann das Dritte ist die ganz konkrete Frage, wie reagieren die sozialen Bewegungen? Was ist mit Protest vor Ort? Klar, letzteres stand sowieso auch auf meinem Fragezettel selbstverständlich. Wir wären nicht die Heinrich-Böll-Stiftung. Wir sind ja auch mit Partnerinnen unterwegs, die in diesem Kontext Protest organisieren. Ihr habt alle drei die Fragen gehört. Ich würde mit dir, Florian, beginnen und dann gehen wir einfach Annette und David wieder. Ja, ihr habt, geht einfach durch entlang der gestellten Fragen. Ihr habt sie euch notiert. Ich habe das gesehen. Florian. Ja, ich versuche es ganz kurz. Eine sehr interessante Frage und zwar zur Frage der Situation von Frau. In Kolumbien kann man das mal an drei Indikatoren ein bisschen analysieren. Als die Pandemie losging, stiegen sehr stark die Anrufe auf den staatlichen Hotlines zur Beratung von Frauen in Gewaltfällen. Ich glaube, an der Küste sind die Zahlen um 300 Prozent gestiegen, auch im ganzen Land. Das zeigt, glaube ich, auch durch die Quarantäne, dass ein großes Risiko für die Frauen besteht, für Kinder bei Fällen häuslicher Gewalt. Dann gab es kürzlich eine Studie des staatlichen Forensik-Instituts. Da hieß es dann, die Zahl der Anzeigen in den letzten Monaten wäre irgendwie von 16.000 auf 10.000 Fälle gesunken. Das lässt sich auch nicht daraus erklären. Es ist momentan gefährlich für Frauen, zur Polizei zu gehen und eine Anzeige zu machen, wenn sie dann mit ihren Männern oder mit den Familienangehörigen zu Hause sitzen müssen. Und was Feminizide angeht, gibt es auch eine staatliche Statistik, dass die Zahl der Feminizide gegenüber dem letzten Jahr im ersten Monat der Quarantäne zwischen März, April gesunken wäre. Das kann man ein bisschen dadurch auch erklären, dass generell die Zahl der Tötungen in Kolumbien während der Quarantäne gesunken ist. Also man muss sich, glaube ich, sehr vorsichtig die Zahlen anschauen, weil generell ist natürlich die Quarantäne-Situation ein zusätzliches Risiko für Frauen und für Kinder in Fällen sexueller Gewalt ausgeliefert zu sein. Auch Indigene sind in einer schwierigen Situation. In den Bundesstaaten, im Amazonas zum Beispiel, ist die gesundheitliche Versorgung sehr, sehr schlecht. Und zu den sozialen Bewegungen kann ich vielleicht ganz kurz sagen, es ist im Bogotá momentan auch in den Städten relativ ruhig. Die Proteste, die es Ende letzten Jahres gab, sind ein bisschen dadurch eingeschlafen, dass dann Weihnachten kam. Dann kamen, wie gesagt, die Weihnachtsferien. Dann Januar, Februar hatte die Regierung angekündigt, sich mit den verschiedenen Sektoren zusammenzusetzen. Aber diese Proteste finden zwar momentan nicht statt, aber ich glaube, das Problem ist nicht ausgestanden, sondern etwas aufgehoben und zwar aufs nächste Jahr. Denn dann wird sich die Frage stellen, wenn mal die Quarantäne aufgehoben wird, wie geht man dann wieder mit der Finanzierung um? Welche Maßnahme wird die Regierung treffen? Werden Steuern erhöht? Für wen werden die Steuern erhöht? Und ich glaube, dann wird es wieder genau die gleichen Diskussionen auch noch geben, die es im letzten Jahr gab. Wahrscheinlich muss sich dann der nächste Präsident mit den Fragen rumschlagen, weil du gehörte, seine Amtszeit endet Mitte 2020. Nächstes Jahr wird dann der Wahlkampf schon beginnen. Es wird dann auch sehr spannend, welche Kandidaten sich wie vor diesen neuen Herausforderungen dann positionieren und in Stellung bringen. Okay. Annette, du hast die Fragen gehört. Du bist diejenige, die schon am meisten auch auf Indigene, auf Frauen und Jugendliche ist auch eine Frage. Wie geht es den Jugendlichen in dieser Pandemie? Also zu dem Thema Gewalt gegen Frauen und Jugendliche weiß ich jetzt nicht so viel zu sagen. Unsere Partner sind zum Teil sehr nah da dran. Es gibt tatsächlich viel mehr Fälle von Gewalt. Das ist bekannt. Es gibt gleichzeitig natürlich, was Florian auch gerade von den Anzeigen beschreibt, einen großen Rückgang, was so Notruftelefone angeht, weil die Frauen nicht mehr den Raum haben, anzurufen. Aber die Organisationen, die solche Notruftelefone betreuen, haben zum Teil umgeschaltet auf, wenigstens auf Social Media. Also man macht jetzt das per WhatsApp und gibt dann zumindest Notrufe aus. Und es ist natürlich inzwischen oder im Moment auch sehr eingeschränkt, wie man darauf reagieren kann. Also man kann dann auf die Rechte hinweisen. Man kann aber sehr viel weniger, zumindest aus der zivilgesellschaftlichen Perspektive, dann da auch Demos vom Haus organisieren oder was sonst manchmal ja durchaus passiert ist. Aber da werden zumindest dann die Anzeigen weitergeleitet. Wie das verfolgt ist, darüber habe ich jetzt leider noch wenig Information. Zu den Indigenen hatte ich ja schon einiges gesagt. Es wird im Moment versucht, so ein bisschen die Gesundheitsbetreuung anzupassen, indem Hängematten aufgehängt werden in Teilen dieser Feldkrankenhäuser, damit die so dabei sein können, in der Nähe sein können, wie an ihrem Ort. Aber das sind Tropfen auf den heißen Stein. Also die Indigenen sind auch ganz, ganz große Verlierer. Was die Landlosenbewegung angeht, mir ist jetzt nicht... Kilombolas? Und die Kilombolas? Für die Kilombolas gilt das auch. Ganz genauso. Die haben Indigene Dörfer und vor allen Dingen die Kilombolas haben sich sehr, sehr stark abgeschottet. Also die lassen niemanden im Moment rein und auch niemanden raus aus ihren Dörfern. Wir haben ja zum Teil Partner, die da eng auch zusammenarbeiten. Wissenschaftliche Expertise ist, also bei Landlosen nochmal kurz, da ist mir jetzt nichts an zunehmender Kriminalisierung bekannt, was über das hinausgeht, was schon seit anderthalb Jahren läuft, wo natürlich Bolsonaro ganz stark versucht, diese Landnahmen, die da stattgefunden haben, alle wieder zu enteignen. Wissenschaftliche Expertise ist ein ganz spannendes Thema hier in Brasilien, weil die Regierung ja nun völlig jenseits von wissenschaftlicher Expertise existiert und im Wesentlichen über Fake News funktioniert. Ja, sie lehnen das ja wirklich explizit ab und haben natürlich auch, was weiß ich wie, die ganzen Ausgaben für Universitäten ja im letzten Jahr schon reduziert. Wir haben zum Beispiel in diesem Jahr jetzt versucht, das ist vielleicht noch ein interessantes Beispiel, die Universitätsaufnahmeprüfung, die sollte jetzt in diesen Tagen stattfinden und der Erziehungsminister hat bis vor zwei Wochen darauf bestanden, dass sie jetzt stattfindet, obwohl die ganzen öffentlichen Schulen keinen Online-Unterricht anbieten konnten, weil sie technisch gar nicht ausgerüstet waren. Und es ganz klar war, dass bei dieser Aufnahmeprüfung die Leute, die keinen Zugang zu Computern, die keinen Zugang zu Unterricht online und so bekommen, dass die ganz groß das Nachsehen haben. Da hat es jetzt geklappt, dass also auf Druck des Parlaments und auch aus von Universitäten und Initiativen, dass das zumindest um zwei Monate verschoben ist, aber damit ist die Sache überhaupt nicht gelöst. Okay, danke. Können Sie auf die sozialen Bewegungen schon eingehen? Ne, wir machen nochmal auf jeden Fall auch eine Runde zu Widerstand, Protest, Solidarität. Ich möchte allen, die dazu Fragen haben, jetzt einfach noch kurz um Geduld bitten. Und David hört Operadors Regierung und er selber auf Epidemiologen und auf Virologen, spielt wissenschaftliche Expertise eine Rolle bei ihm? Ja, ja, durchaus. Er hat sich da tatsächlich was im Schwerfeld zurückgenommen. Ich hatte das vorhin schon kurz erwähnt. Wir haben diesen Staatssekretär im Gesundheitswesen, der promovierte Epidemiologe ist und der jeden Abend eine Pressekonferenz abhält, die auch im Fernsehen übertragen wird. Der ist sozusagen der Drosten von Mexiko, wobei er noch ein bisschen besser aussieht und ich glaube auch mehr Heirat als er bekommen hat. Also echt. Und jedenfalls, der holt zu seiner Pressekonferenz ständig andere Wissenschaftler hinzu und führt mit denen auch Debatten. Das heißt nicht, dass das nicht angefochten wird. Ausländische Zeitung, New York Times, Washington, Wall Street Journal und El Pais haben gerade die Zählung der Infektionen hier in Mexiko infrage gestellt. Aber das Ganze ist sehr stark an Wissenschaft ausgerichtet und der Präsident AMLO hat hier auch ganz seit diesem Staatssekretär und dem Gesundheitsministerium das Feld überlassen. In dieser Pressekonferenz schon im März, ziemlich früh, waren eingeladen vier Frauen, die Direktorin vom Nationalen Fraueninstitut und andere drei Expertinnen, die in dieser landesweit übertragenen Pressekonferenz eingegangen sind, darauf, dass eben sehr wahrscheinlich die Gewalt gegen Frauen bei Bleib zu Hause steigen würde und auch auf die Rolle der sogenannten Care-Ökonomie, Economía de cuidado hier, also dass Frauen eben in der Regel diejenigen sind, die sich um den Haushalt, um die Kinder und um die alten Menschen zu kümmern hätten und dass hier jetzt ein Neu- und ein Umdenken für die Rolle der Männer stattfinden muss. Das fand ich bemerkenswert. Man wird, was die Gewalt gegen Frauen angeht, leider sagen müssen, ohne direkten Erfolg. Auch hier sind die Zahlen bei den Hotlines der Notrufe deutlich in die Höhe gegangen. Das ist ja der eine Indikator und der andere Indikator leider hier in Mexiko ist die Frauenmorde. Das scheint ja wie aus einer anderen Zeit, aber hier der 8. März, da waren hier in Mexiko nicht nur in der Hauptstadt, auch in anderen Städten so viele Frauen auf der Straße wie noch nie und haben speziell diese absolut dramatische Situation der Frauenmorde zum Thema gemacht. Der April war der Monat, seitdem man eigentlich zählt, wo die meisten Frauen umgebracht wurden. 337 von insgesamt 3.000 Morden von in einem Monat. Das ist leider Mexiko. Diese Zahl ist, und darunter wurden 70 als Femizide gezählt, also als Morde, wo die Frau umgebracht wurde, weil sie eine Frau ist. Das sind unglaublich hohe Zahlen und das ist etwas, was große Sorgnisse macht. Aber die Frauenbewegung war am 8. März auf der Straße. Im Moment gehen die sozialen Bewegungen nicht auf die Straße. Es gehen auf diesen großen Platz vor der Kathedrale, wo auch der Regierungspalast ist. Da gehen einzelne Berufsgruppen hin, Bauern oder Taxifahrer und fordern den Präsidenten auf, sich um sie zu kümmern. Aber das sind jeweils kleine Demonstrationen. Kurz noch was zu den Indigenen. Mexiko hat ja einen hohen Anteil von Indigenen. Zum einen sind es überwiegend Bauern und damit haben sie im Moment jedenfalls, sagen wir mal, etwas besseren Zugang zu Nahrungsmitteln, weil sie die selber anbauen als vielleicht Menschen in den Städten. Aber sie sind sehr stark betroffen, negativ betroffen von der Epidemie, weil sie eben, das hat glaube ich gerade Annette auch schon für Brasilien gesagt, weil sie kaum Zugang zum Gesundheitssystem haben. Die Gesundheitsstationen, die Krankenhäuser sind weit weg. Zahlen, also Medikamente bezahlen können sie eh nicht. Insofern ist das ein großes Problem. Und eine dritte Gruppe will ich noch ganz kurz nennen, weil die auch für Mexiko wichtig ist und auch für die angrenzenden Länder hier in Mittelamerika, nämlich die Migrantinnen und Migranten. Genau, auch für Zentralamerika. Kannst du dazu auch was sagen? Genau, kann ich kurz was zu sagen. Also zum einen, die USA haben ja die Grenze dicht gemacht und haben auch entsprechende Verordnungen verabschiedet, was ihnen also erlaubt, auch jetzt überhaupt gar keine Anträge mehr zu bearbeiten. Auf der anderen Seite haben sie ja sowieso Mexiko schon vor ungefähr einem Dreivierteljahr aufgedrückt, dass die Leute, die einen Antrag stellen auf Asyl, dann wieder zurück nach Mexiko müssen, um dort zu warten, wie es ausgeht. Und in 99 Prozent der Fälle wird der Antrag ja abgelehnt. Das heißt, Mexiko hat jetzt diese, ja vor allen Dingen aus Zentralamerika kommenden Migrantinnen und Migranten bei sich und muss sich um sie kümmern. Was hier für einen ziemlichen Skandal gesorgt hatte, war, dass dann irgendwann bekannt wurde, dass in den in den sogenannten Auffanglagern, dass die sich praktisch zu Gefängnissen mutierten. Das heißt, die Migranten durften nicht raus, wollten raus und durften nicht. Das wurde dann gerichtlich verfügt, was dem so sei. So, und jetzt schiebt Mexiko die nach Zentralamerika zurück und damit zurück in die, also viele und auch gerade Frauen, die eben genau vor Gewalt geflohen, sie wieder zurück in die Arme der Pandillas, dieser Banden, die, vor denen sie geflohen sind. Sie sind auch aus ökonomischen Gründen geflohen, aber beides hat eben, führt jetzt dazu, dass sie wieder in die katastrophale Lage quasi zurück abgeschoben werden, aus denen sie, aus der sie hatten fliehen wollen. Das heißt, Migrantinnen und Migranten sind in jeglicher Hinsicht sehr stark von dieser Epidemie betroffen. Ja, danke David, danke euch dreien. Ich würde gerne nochmal und fange da auch wieder mit Kolumbien an, dass du auch, Floria, nochmal auf die Situation der Indigenen in Kolumbien eingehst. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen unterbelichtet gewesen und gleichzeitig, also was uns ja auch alle interessiert ist, was findet eigentlich im Windschatten dieser Krise statt. Gibt es, wer nutzt was wie aus? Und in Deutschland lesen wir, zumindest auch in Brasilien und Kolumbien, dass die Regierung eben auch die Dominanz der Krise, die Dominanz der Gesundheitskrise ausnutzt, um in die Ressourcenausbeutung noch intensiver und ungehinderter einzusteigen und dass das eben auch auf dem Rücken der Ökosysteme, vor allem auch des Waldes geschieht. Ist das in Kolumbien der Fall oder gibt es noch andere Elemente und Phänomene, was eigentlich im Windschatten dieser Krise an Repressionen, an Bedrohung, eben auch von Protest zum Beispiel in den Regionen mundtot gemacht wird? Danke, Barbara. Also ich kann nochmal kurz auf die Lage der Indigenen eingehen. Es kommt gleich ein bisschen auf die Regionen an. Im Norden zum Beispiel in Guajira, das ist eigentlich die trockenste Gegend des Landes. Die indigene Gruppe der Vayu leidet natürlich noch mehr als sonst unter der Pandemie. Es ist ein riesen Problem für sie, Zugang zu Wasser zu haben und in der aktuellen Situation verschärft sich dadurch die Lage. Dann in der Amazonasregion, hatte ich glaube ich schon gesagt, ist eine Region, wo die ähnlich wie in Mexiko oder in Brasilien der Zugang zum Gesundheitssystem sehr prekär ist. Wenn da sich der Virus ausbreitet, gibt es teilweise keine Beatmungsgeräte oder keine Intensivstationen. Und dann ist noch der dritte Faktor, der auch eine große Gefahr ist für die Indigenen. Es ist oft so, dass in den Regionen der Indigenen, gerade da die militärischen Auseinandersetzungen zwischen den bewaffneten Gruppen stattfinden und auch dadurch die Indigenen zusätzlich in die Situation kommen, dass sie oft dann ihre Descuados Indigenas aufgrund der Bedrohungssituation verlassen müssen. Zur Frage von Barbara, was passiert so ein bisschen im Windschatten auch von der Pandemie? Ich kann vielleicht auf zwei Beispiele eingehen. In Kolumbien gibt es schon seit einigen Jahren eine sehr große Diskussion jetzt, ob Fracking eingeführt werden soll. Die Pandemie macht es natürlich auch für die sozialen Bewegungen momentan sehr schwierig, Widerstand zu organisieren, weil sie sich nicht treffen können, weil sie sich nicht austauschen können. Was nochmal auch eine große Herausforderung ist, was macht man mit den Leuten in den Regionen, die sich engagieren wollen, aber nicht Zugang zu Internet haben und auf die Weise oft auch einfach mundtot gemacht werden, weil sie keine Ausdrucksformen haben. Also wir gucken zum Beispiel mit Partnern auch, wie können wir mit anderen Formaten arbeiten, wie können wir weiterhin auch die Organisation von diesen Gruppen unterstützen. Und gleich noch eine ganz aktuelle Nachricht aus letzter Woche. In der letzten Woche gab es einen Vorschlag der Opposition, auch die Amazonasregion zu einer Schutzregion zu erklären, in der keine Erdölprojekte und so weiter durchgeführt werden können. Das ist auch im Widerstand dann der Regierungspartei und den Parteien, die Mitglieder des Regierungsbündnisses gescheitert. Also es wird im nächsten Jahr wieder die große Diskussion geben, wird man wieder mehr Erdöl fördern müssen, um wieder die Kassen zu füllen. Und ich glaube, das sind die großen Herausforderungen des Landes, wirklich nicht so kurzfristig zu denken, sondern zu überlegen, wie kann man auch die Wirtschaft umkrempeln, dass sie nicht so stark auf dem extraktiven Sektor beruht und gerade in solchen Situationen in eine immer schwieriger Situation kommt. Aber da brauchen wir mittellangfristige Überlegungen, politische Diskussionen mit einer sehr aktiven, kritischen Zivilgesellschaft. Danke. Annette, du hast auch schon im Vorgespräch erzählt, Bolsonaro's Regierung ist schon dreist, aber auch die Krise nutzen sie nochmal, um noch weiter zu deregulieren und Rechte abzubauen, auch für Indigene oder für Schutzgebiete. Was geschieht da? Also es ist schon bemerkenswert. Zum einen steigt die Zahl der Entwaldung, jetzt ist in den ersten vier Monaten dieses Jahres nochmal ungeheuerlich gestiegen, deutlich über dem vergleichbaren Niveau des Vorjahres. Man kann sagen, die Umweltschützer sind im Homeoffice und die Bolsonaro-Anhänger, die meistens, also die Entwalder oder illegalen Entwalder sind meistens auch Bolsonaro-Anhänger, die sind eben nicht zu Hause und setzen ihren Job da ganz ungestört im Moment fort. Es ist tatsächlich so, dass die Regierung, das ist eigentlich zufällig jetzt rausgekommen, weil ein Video veröffentlicht worden ist über eine Ministersitzung am letzten Freitag im Zusammenhang mit dem Verfahren gegen Bolsonaro und da hatte dann der zuständige Richter am obersten Richthof entschieden, dass das wirklich öffentlich gemacht wird und deswegen hat Freitag das ganze Land hier vorm Fernseher gesessen. Da hat der Umweltminister gesagt, Leute, lasst uns doch jetzt einfach mal diese wunderbare Situation nutzen, dass die ganze Presse und alle nur auf Corona gucken und wir schaffen jetzt einfach mal Fakten und schaffen einige dieser Regeln, die es für Holzexport, für die Regelung von Landbesitz, der illegal sich angeeignet wurde, für die Legalisierung, die es da gibt und das werden wir jetzt einfach mal abschaffen. Und das hat er so gesagt, dass es einfach auch kein Zweifel an seinen Absichten da bestehen kann. Es war bemerkenswert, dass zwei Tage später jetzt ganzseitige Anzeigen geschaltet worden sind in einem Teil der Presse, wo sich ein großer Teil der Unternehmen, die von solchen Aktionen profitieren, dazu geäußert haben, dass sie gesagt haben, das finden sie unglaublich positiv, dass die Regierung endlich solche Maßnahmen ergreift. Also da ist viel im Gange, aber auch jenseits von dem Video konnte man schon sehen, dass eben gerade so Landregulierungsgesetzgebung für Menschen, die sie oder für Menschen, die sich unendlich viel Land auch angeeignet haben, die bisher noch nicht solche Chancen hatten, das dann auch legalisiert zu bekommen, dass das gerade mit viel Vehemenz versucht wird, durch den Kongress und die Parlamente zu bringen. Ja, auch nochmal die Frage an dich, David, kurz und knapp, weil ich möchte jetzt noch mehr und damit auch Aufforderung an Lara, uns noch weiter Fragen zu liefern, weil im Q&A läuft ja weiterhin viel Traffic. Was läuft in Brasilien, in Mexiko im Windschatten dieser Krise? Wird irgendwas durchgepusht, was sonst Widerstand hervorgerufen hätte? Ja, das ist, da sind wir schon so ein bisschen bei der Ökologie. Also die Regierung versucht, um jeden Preis fast ihr Entwicklungsmodell zu retten, was ja ein Entwicklungsmodell ist, sagen wir mal so der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also Industrialisierung, fossile Rohstoffe als Grundlage und das gekoppelt eben mit einer assistenzialistischen Sozialpolitik. Die Sozialpolitik, das habe ich ja vorhin gesagt, das ist die Grundlage jetzt auch für die, für die Auffederung, Abfederung der Folgen, der sozialen Folgen. Also zum einen diese Kredite und zum anderen werden eben die großen Sozialprogramme, die der Präsident aufgelegt hat, weitergeführt, teilweise Zahlungen vorgezogen etc. Es wurde gerade letzte Woche eine Verordnung bekannt gemacht, wo nach der alle laufenden Projekte für erneuerbare Energien, also Windenergie und Sonnenenergie vor allem, gestoppt werden auf Regierungsanordnung. Begründung? Begründung ist, ein bisschen unklar, Begründung ist vor allen Dingen, das seien im Wesentlichen Privatunternehmen, die würden kostenlos die staatliche Infrastruktur nutzen, würden also dafür nicht zahlen. Es gibt nach Meinung von Experten einen zweiten Hintergrund, der mindestens ebenso wichtig ist. Die Regierung sitzt auf großen Mengen von Schweröl. Das ist sozusagen ein niederwertiges Rückstandsprodukt von der Destillation und dieses Schweröl ist selbst in, ist nicht mehr exportierbar, weil es überhaupt keinem Umweltstandard entspricht. Und das soll nun an die Nationale Energiekommission verkauft werden, damit die damit Strom erzeugen. Und dann kann man keinen erneuerbaren Strom gebrauchen. Ich meine, die offizielle Begründung gegen erneuerbare ist ja immer, das ist keine Energie, die verlässlich ist, weil sie eben abhängt von Wind und von Sonne. Aber das ist eine Argumentation, die ist schon so oft widerlegt worden, dass sich die Regierung hier eigentlich damit lächerlich macht. Das ist so ein Beispiel von dem, was hier vielleicht so ein bisschen im Bindschatten läuft und wo jetzt auch nur Experten im Moment protestieren, weil ja die ganze mediale Aufmerksamkeit auf die Krise gerichtet ist. Ansonsten hat die Regierung hier es nicht nötig, ihre Macht auszubauen, weil ihre Machtposition ist eh unheimlich stark und stabil gefestigt. Hier geht es wirklich darum, die öffentliche Meinung weiterhin zu sich halten. Das heißt, die noch relativ hohen Zielstimmungsraten für die Regierung, für den Präsidenten zu sichern. Und da ist eben diese Frage, wie geht die Regierung mit diesem Spannungsverhältnis zwischen Epidemiebekämpfung und wirtschaftlicher Sorge, wie sie sich in Mexiko wirklich übersetzt in die Frage sterben oder hungern? Wie geht sie damit um? Als eine Regierung, die sich dem Sozialen, der Sozialpolitik, der Bekämpfung der Armut verschrieben hat. Das ist, glaube ich, die Hauptherausforderung für die Regierung hier in Mexiko. Letzte Runde und die entspricht auch ein Stück weit einigen Fragen von unseren Zuschauern. Was braucht Lateinamerika? Was wäre für eure Länder politisch wichtig als Signal? Mir fällt natürlich ein, muss man nicht noch mehr auch infolge der Pandemie das Mercosur-Abkommen zum Beispiel wirklich weiterhin bekämpfen? Was wäre an Solidarität auch notwendig von Europa? Ihr habt, wir haben jetzt wenig über die Verschuldung eurer Länder gesprochen. Du hast es gemacht, David. Stehen eigentlich Entschuldungsprogramme in euren Regionen an, so wie es für viele andere Länder gilt? Vielleicht einfach zu dieser Runde, was wäre wichtig auch an Solidarität von Europa nach Lateinamerika? Welche politischen Signale braucht es? Möchtest du anfangen, Annette? Kann ich. Gut. Also was das Abkommen EU-Mercosur angeht, würde ich sagen, ganz unbedingt braucht es weiter, Solidarität da, dass versucht wird, das so nicht durchkommen zu lassen. Das wäre, glaube ich, ganz fatal, wenn das jetzt tatsächlich unter diesen Bedingungen und bei dieser brasilianischen Regierung da noch verabschiedet würde. Es werden auch im Augenblick, ich hatte ja gerade dieses Beispiel gesagt von den Firmen, die da ihre Solidaritätsanzeige geschaltet hat. Hier gibt es jetzt auch so dann Aufrufe, diese Firmen da zu wirklich mit den Namen zu nennen und zum Teil auch zu boykottieren. Ich weiß, dass da im EU-Parlament auch schon drüber nachgedacht wird, solche Sachen auch zu unterstützen. Also Blaming and Shaming. Genau. Das unbedingt zu machen. Das, ja, und man muss weiter auch Bericht erstatten, was eigentlich hier mit dieser unsäglichen Regierung passiert, was die unternimmt, wie offensiv sie Wissenschaft ablehnt, wie offensiv sie menschenverachtende Politik macht. Also das wäre, glaube ich, meine Empfehlung an das, was von Europa auch kommen kann. Ich wollte noch mal hier ganz kurz sagen, also hier gibt es ja eine Menge Protest. Aber der ist, der ist natürlich, es fehlt die Straße. Und auch für jedes Amtsenthebungsverfahren fehlt im Moment die Möglichkeit für tatsächlich Druck, der von der Straße kommt. Und die Gesellschaft ist gespalten. Also hier von meinem Balkon aus, da höre ich am Abend Topfdeckel schlagen, aber dann auch Leute, die die Nationalhymne spielen, volle Lautstärke und evangelikalen Pastor, der gleichzeitig die Leute bekehrt. Also das ist unglaublich, was für eine Mischung und auch für eine brodelnde Mischung da ist. Was auch noch, finde ich, unheimlich wichtig ist, ist, dass man auch darauf hinweist, wie stark Bolsonaro immer darauf setzt, seine Anhänger zu bewaffnen. Und das einfach in so einem Moment, was das Militär hier eigentlich auch für eine Rolle hat. Das würde jetzt hier unser Treffen sprengen. Aber das sind schon sehr, sehr wichtige Themen auch hier im Augenblick. Und da doch vielleicht auch noch mal über das, was die Presse über Corona und Brasilien hinaus berichtet, auch auf solche Themen noch mal mehr im Blick zu lenken. Zu Kolumbien. Florian kann mal lesen, dass es Hungermärsche gibt. Also ich zumindest habe das in Vorbereitung noch mal gelesen. Soziale Proteste in ganz Lateinamerika, auch in Chile, in Peru, überall gibt es eben diese traditionelle Topfschlagen und so weiter. Das findet auch in Kolumbien statt. Sag du uns doch noch mal bitte, was gibt dir auch so ein bisschen Hoffnung? Gibt es sozialen Zusammenhalt? Es gibt Zuppenküchen? Es gibt Solidarität innerhalb der Bevölkerung. Was macht die Pandemie mit der Solidarität der Menschen? Und auch von dir gerne Wünsche, Hinweise, was Kolumbien braucht von Zeiten auch Europas. Ja, also ich hatte glaube ich eingangs schon gesagt, ich glaube, die Menschen sind sehr solidarisch. Sie versuchen sich gegenseitig zu unterstützen, auch in den Regionen, überlegen sich neue Formate, rufen zu Spendeninitiativen auf. Was braucht Kolumbien? Wahrscheinlich einfach eine konsequente Umsetzung dessen, was in der Verfassung schon direkt drinsteht. In der Verfassung steht drin, Kolumbien sollte ein sozialer Rechtsstaat sein, partizipativ, dezentralisiert. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, auch eben, wie gesagt, die Meinungen der Bevölkerung in den Regionen zu hören. Es ist immer, dass die Entscheidungen von oben aus, oben aus, oben aus, getroffen werden. Es ist auch der Glaube, dass das extraktive Wirtschaftsmodell in der Zukunft Einnahmen generieren kann, wenn Steuern gesenkt werden, weil auf die Weise Investitionen gefördert werden. Und ich glaube, die Vergangenheit und aktuelle Situation zeigt auch eben, dass es nicht der richtige Weg ist. Und es gibt dann eine sehr aktive Zivilgesellschaft, die gerade versucht, auch diese Alternativen aufzuzeigen und die auch zeigen, dass der Glaube an das extraktive Modell eben nicht der richtige Weg ist. Und ich glaube, das ist in der Verfassung schon angelegt und da gibt es viele, viele Menschen im Land, die da sehr aktiv sich dafür einsetzen, Alternativen zu finden. Und das gibt mir eigentlich dann auch Hoffnung und den Glauben, dass es Möglichkeiten gibt, dann auch eine Lösung zu finden. Ja, also es kommen auch Fragen, die die Rolle der Heinrich-Belsch-Stiftung nochmal in der Region, in euren Ländern betrifft. Ich glaube, durch die ein oder andere Anmerkung von euch dreien ist ja klar geworden, dass wir soziale Bewegungen, dass wir Menschen, die für Demokratie, Rechtsstaat, Menschenrechte stehen und auch für ein anderes ökonomisches Modell als das der Ausbeutung und des Extraktivismus. Aber vielleicht kannst du nochmal, Florian, du, David und auch Annette dann zum Schluss nochmal sagen, wo wir eigentlich unsere Aktivität hinlenken. Das wäre dann die Schlussrunde. Du darfst nochmal weitermachen, Florian, zu diesem Aspekt. Was machen wir? Und dann David und dann Annette. Also wir unterstützen in Kolumbien vor allem die zivilgesellschaftlichen Bewegungen, auch in Regionen, also zum Beispiel Reiterallianzen wie die kolumbianische Anti-Fracking-Allianz-Organisation, die in der Vergangenheit versucht haben, durch regionale Volksentscheide Alternativen bei den Entwicklungsmodellen durchzusetzen. Wir sind momentan, glaube ich, so ein bisschen in der Phase, auch mit den Organisationen zu überlegen, was können dann die neuen Formate sein und schon ein bisschen den Blick in die Zukunft zu richten. Weil wie gesagt, momentan ist es schwierig, sich zu treffen. Es gibt keinen Transport zwischen Städten und Gemeinden, also auch der Bustransport ist eingestellt. Und wir versuchen auf die Weise, auf virtuelle Art und Weise im Austausch zu bleiben und auch Organisationen zum Beispiel bei der Entwicklung von Schutzstrategien zu unterstützen, die jetzt in der Quarantäne auch Sorge haben, dass sie Angriffen ausgesetzt sein können. Und wir begleiten Menschenrechtsorganisationen auch bei ihrer politischen Lobbyarbeit. Und Frauenrechtsorganisationen. Und Frauenrechtsorganisationen. Wir versuchen uns so ein bisschen auch an die aktuelle Situation anzupassen und gucken mal, wie lange sie noch geht. Bestimmt noch wahrscheinlich bis August, September. Okay, David. Ja, ich wollte noch ganz kurz die Frage beantworten, was sollten wir hier in Deutschland oder hier in Europa? Ja, ja, auf jeden Fall. Also es hat kaum jemand mitgekriegt. Ende April ist als jetzt unterschriftsreif verhandelt erklärt worden das Abkommen zwischen der Europäischen Union und Mexiko. Und das ist ähnlich problematisch wie auch das EU-Mercosur-Abkommen. Also es ist auch ein Handelsabkommen. Ein Handelsabkommen. Und da steht ja zum ersten Mal ganz explizit drin der Schutz für die Investoren. Und da lehrt ja die Erfahrung, dass das erhebliche Probleme aufwirkt, was soziale Standards, ökologische Standards und Menschrechtsstandards anbelangt. Das kann ich jetzt nicht vertiefen, aber da will ich nur zum einen darauf hinweisen. Solidarität. Also zum einen wird ja immer gesagt, es ist auch in unserem eigenen Interesse, wenn wir den Ländern in Asien, Afrika und Lateinamerika helfen, weil wir ja durch die Globalisierung der Wirtschaft so verflochten sind, dass wenn es denen schlecht geht, uns auch schlecht geht. Ich glaube nicht, dass das automatisch so ist. Und deswegen finde ich diese eigentlich ja moralische und ein bisschen aus der Mode gekommene Kategorie der Solidarität doch sehr wichtig. Also die EU in ihrem Selbstverständnis und auch, sagen wir mal, der deutsche Staat lebt ja auch von Werten. Und insofern, wenn ich mir angucke, was an Summen auf europäischer Ebene, auf EU-Ebene jetzt rausgetan wird, um diese Krise abzufedern, dann finde ich das beeindruckend. Und mir fehlt aber gleichzeitig, dass ähnliche Prozesse jetzt vielleicht nicht in derselben Höhe, aber jetzt auch schon angedacht werden für eben diese anderen Kontinente, die von der Weltwirtschaft immer weniger profitieren. Das gilt nach wie vor als europäische oder nordamerikanische Wirtschaftsunternehmen. Da gibt es einfach eine Verpflichtung. Und das müssen wir hochhalten. Das tun wir ja auch mit dieser Veranstaltung. Und das ist eine Aufgabe, die die EU jetzt politisch sich eigentlich jetzt auch schon auf die Fahnen schreiben sollte. Und dazu gehört natürlich auch, das multilaterale System zu stärken, die UN-Organisationen zu stärken, die ja massiv unter Druck geraten, nicht nur, aber auch durch den amerikanischen Präsidenten, wie die Weltwirtschaftsgesundheitsorganisation, das also zu stärken. Denn das sind ja die Institutionen, die diese internationale Solidarität dann auch ganz konkret und praktisch umsetzen sollen. Ich finde, Florian hat das schon sehr schön gesagt, unsere Partner hier, was tun die? Also sie haben zum einen ja ihre Gruppen in den Territorien, wie man in Lateinamerika sagt, also vor Ort praktisch in den ländlichen Regionen, in den auch sehr stark von Gewalt betroffenen Regionen, mit denen versuchen sie zu helfen. Und dadurch können sie zum Teil auch unsere Hilfsmittel benutzen. Aber sie halten vor allen Dingen auch das hoch, was im Moment ja unter den Tisch fällt, in dieser sehr starken Konzentration auf die Krise, auf die Pandemie und ihre Folgen. Nämlich die Themen, die wir jetzt hier anderthalb Stunden verhandelt haben. Die halten die hoch und versuchen dazu weiterhin Öffentlichkeitsarbeit zu machen, zu informieren. Und sie versuchen auch, fangen jedenfalls an, das danach zu denken. Also was soll eigentlich nach der Krise kommen? Wo gibt es Ansatzpunkte, vielleicht auch diese Krise als Chance zu nutzen? Das ist noch nicht so sehr konkret, aber das beginnt jetzt. Und das versuchen wir auch zu unterstützen. Super. Durch Geld und mit vielen Veranstaltungen. Und da sind wir sehr präsent. Super. Liebe Annette, deine letzten Sätze in dieser Runde. Und dann werde ich die schöne Debatte schließen. Mach uns ein bisschen Mut bei all den Depressionen mit rund um Bolsonaro. Genau. Auch die Partner der Böllstiftung hier in Brasilien sind eigentlich alle aus der Zivilgesellschaft. Es gibt unglaublich viel Solidarität. Sehr viele konkrete Aktionen. Wir arbeiten ja viel auch mit Gruppierungen, die in den Favelas tätig sind, zusammen oder von da kommen. Was die Verteilung von Lebensmitteln angeht, was Aufklärungsarbeit über diese Pandemie angeht, was Hilfestellung bei der Beantragung dieser Mittel angeht, solche Geschichten. Es gibt, oft werden die leider durch Polizeieinsätze behindert, weil die Gewalt in Rio wieder extrem zugenommen hat. Es geht darum, Bericht zu erstatten und sichtbar zu machen. Zum Beispiel die Lebensbedingungen, unter denen die Armen hier leben, auch zu gucken, was passiert eigentlich, wenn die ins Gesundheitssystem, also wenn sie versuchen, das in Anspruch zu nehmen, müssen die länger warten. Das ist leider oft so, dass die ganz hinten in die Schlange gestellt werden. Das Thema Gewalt gegen Frauen ist ganz virulent bei vielen unserer Partner, Partnerinnen. Aufmerksamkeit auch zu lenken auf die Themen Datenmissbrauch und Datenschutz jetzt in der Pandemie, sowohl von diesen Aktivitäten, wie wir sie heute machen, aber auch was die Datensammlung, die ja jetzt gerade unglaublich stattfindet, was das eigentlich bedeutet. Hier hat eine sehr spannende Initiative aufgemacht, die heißt Sleeping Giants, mit denen haben wir noch nichts zu tun, die versuchen rauszufinden, dass der, wo Werbung geschaltet wird, auf so Fake News Seiten und auf so rechten Seiten und den Leuten, also den Unternehmen dann klarzumachen, Leute, ihr macht dort Werbung, ist das in eurem Sinne? Und da haben sie natürlich, haben sie jetzt schon wirklich viele Unternehmen auch davon, also da haben sie viel davon abbringen können, da Geld zu schalten oder da Werbung zu schalten und damit haben sie denen schon schwere Verluste eingefahren. Das ist wirklich etwas ganz Spannendes auch. Da sind wir aber jetzt nicht dran, das fand ich nur das Thema Datenschutz so klasse. Und ansonsten versucht man wirklich auch das, was eben im Moment passiert, über das wir jetzt auch gesprochen haben, jetzt schon die ganze Zeit irgendwo in der Öffentlichkeit, zumindest über die sozialen Medien auch weiter zu begleiten und präsent zu halten. Und über das danach denkt man ein bisschen nach, aber noch nicht so ganz. Ja, wunderbar. Danke Florian, danke David, danke Annette. Ich fand es einen wunderbaren Austausch. Es war anspruchsvoll, drei Länder in all ihren Komplexitäten zumindest versuchen, einen Einblick zu geben, ein bisschen analytisch zu werden. Es sind Blitzlichter, es sind Eindrücke. Ich hoffe, dass sie mit dieser Veranstaltung ein bisschen mehr über die Situation, wie Lateinamerika zumindest in den drei ausgewählten Ländern mit der Pandemie umgeht, wie wir zu arbeiten versuchen, wie wir Menschen zu unterstützen versuchen in ihrer Arbeit, Aufklärung. Ich finde es auch interessant, dass wir da, wo möglich und nötig auch wirklich ganz konkret helfen, was zum Beispiel auch Gesundheitsversorgung und Nahrungsmittel angeht, Verteilung. Das ist nicht unser Hauptjob, aber ich glaube, dass man in akuten Krisen auch das machen muss. Und ansonsten sind wir die Stiftung, die sozial-ökologische Themen, Menschenrechtsthemen, die Demokratiefragen mit den Partnerinnen transportiert, veröffentlicht. Jenseits dieser Online-Debatte haben wir sehr viele Publikationen, die Website, wo sie weiter vertiefend analytische Informationen von uns erhalten. Ich möchte mich bei Ihnen ganz, ganz besonders für Ihr Interesse bedanken. Anderthalb Stunden in einer Online-Debatte ist nicht ohne. Vielen Dank auf jeden Fall für Ihr Interesse. Bleiben Sie uns treu und holen Sie sich weitere Infos. Euch drei nochmal von meiner Seite ganz, ganz großes Dankeschön. Mir hat es auch viel gebracht, viele Informationen. Toll, dass ihr dabei wart. Euch noch einen schönen Tag. Wir gehen dann bald ins Bett. Alles Gute an euch alle und herzlichen Dank an alle Beteiligten. Tschüss!